25 25 in der Stadt Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zum Flughafen. Ich möchte ins Stadtzentrum. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zum Flughafen? Wie komme ich ins Stadtzentrum? Ich brauche ein Taxi. Ich brauche einen Stadtplan. Ich brauche ein Hotel. Ich brauche ein Hotel. Ich möchte ein Auto mieten. Ich brauche ein Auto mieten. Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist meine Kreditkarte. Hier ist mein Führerschein. Hier ist mein Führerschein. Was gibt es in der Stadt zu sehen? Was gibt es in der Stadt zu sehen? Gehen Sie in die Altstadt. Ich gehe zum Flughafen. Ich gehe zum Flughafen. Ich gehe zum Flughafen. Machen Sie eine Hafenrundfahrt. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch? Welche Sehenswürdigkeiten gibt es außerdem noch?